Er ist hier irgendwo Komm raus Scharfschütze Sucht ihn Oh nein nein Willst du mich verarschen, Alter? Fuck mich jetzt nicht ab, ey Junge Such weiter Nachladen Falsche Zeit zum Nachladen Jürgen Schmerzen 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 Wir haben auch hier niemand getroffen. Was ändert er denn jetzt nicht? Dahin! Junge! Da ist ja noch einer. Yo, was ist los mit euch? Lahn, was ist los? Ich bin dran. Was ist los? Ich bin dran mit schießen. Ich bin dran. Oh man. Ting! Boah! Was ist da denn für eine Power, der Waffe, Alter? Ich habe mich nicht abgehangen, Alter. Komm hoch, komm hoch. Jetzt meine Güte. In dein... In your face, Alter. Wo? Oh. Ganz gut stehen bleiben. Oh. Shit! Oh fuck. Ah! Wow. Oh. 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 Kein kleiner. Ich passe der Karte. Oh. 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 Schluß, Ali. Tschüss, hau rein, das Tango. Alter, hat er die Hand geschossen in deinem Face. Da ist noch einer, plärrt. Oh, Entschuldigung. So, liebe Leute. Balabadam. Hier müssen wir rein. Hier sind bestimmt noch Leute drin. Hier sind jetzt keiner. Boah, geht man hier auf den Sack, ey. Alter, echt jetzt? Kontakt, ey. Wollen wir nachladen. Alter. Gib mir für die Tomsen Munition. Junge, da kannst du mir mal, wieso habe ich da nicht 11 Millionen Schuss für Melz? Die Schubkarte voll mit Muni muss ich für die Knarre mit haben, ne? Ne, gut, eigentlich bin ich auch herrgeschützt, ne? Eigentlich müsste man sowas ja nicht mitmachen. Ja, gut, ich muss mich jetzt nicht beschweren. Gibt's uns Karma. Okay, da ist Heckenschutz in Position. Dann gib mir mal die Galimousin. Also, nicht vergessen, die Russen können Scharfschützengewehre bauen. Gute Scharfschützengewehre. Die wollen ihn hinrichten? Auf die Knie. Nein, nein, nein. Mach er schnell, ey. Mach ich doch immer. Alter. Nix da, Mann. Fahrt. Wir haben sie nicht durch! wo wenn ihr den mal in Ruhe lassen ja genau aber konzentriert euch mal immer schön auf ihn so ja 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 Feuer! Geht mir in Deckung! Alles zurück! Hallo? Der ist auch weg? Kannst du den mal in Ruhe lassen? Was hält der denn da vom Arsch? Was hält der denn da vom Arsch? Was hält der? Der hat eine Knarre in der Hand und machte nichts, ne? Meine Güte! Was hält der denn da vom Arsch? Was hält der denn da in Ruhe? Den kann ich natürlich nicht holen. Okay, hallo! Tschüss! Jetzt muss ich den retten! Vor allem muss ich den tönen! Karl, lasse! Jetzt geht hier draußen wieder die Poster! Hilfe! 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 Weitere Schnurz! Weiter geht's. Ja nochmal, ey. Für alle ist doch nur einer. Findet ihn. Sucht weiter. Wait. Oh kacke. Der eingeschenkt, Alter. Der ist verletzt. Lass mal sehen. Keine Zeit. Die Roten kommen. Halte sie auf. Ich komm zu Recht. Aber halte sie auf. Wenn nicht, sind wir beide tot. Das ist ja okay, ich hab wieder volle Munition. Was soll ich da sagen? Alles klar. Halten wir die mal auf. Gut, dass er nicht sofort auf die geschossen hat. Ich muss meinen ganz kurz entdecken. Ich muss meinen ganz kurz entdecken. Ja genau. Er gibt bloß eine Junge. Steig mal aus. Yo, ab du die Junge. Ich hab noch einen Lungen treffen. Alter. Ich hab noch einen Lungen treffen. Wie meint. Hallo? So. Oh mein. Wieso geht der eine denn da? Ist raus. Oh, voll das Auge. Komm mal raus! Komm mal raus! Ja, der ist auch weg! Mann! Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, ich merke das glaube ich! B ja 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 den hab ich aber noch erwischt ja ja komm ja ja auch ja Angriff vorbei vorerst waren wir in Sicherheit danke fürs retten aber ich befürchte es war Zeitverschwendung nein war es nicht mal hat einen Plan V2 Raketen Tabun Tabun Wo ist das Es ist kein Kein Ort Was ist es dann Was ist Tabun Antworte mir Es Die Info über Schweiger war inkorrekt Ich fragte mich Worin wir uns noch geirrt hatten Oder was wir nicht wussten Wie Tabun Was zum Teufel war das Und worin bestand Wolfs Plan Okay Gut Alles klar liebe Leute Das war's schon wieder für die heutige Aufnahme Session sag ich mal so Wir sehen uns Wir sehen uns dann In der nächsten Folge Episode Keine Ahnung wie ich das jetzt schneide Mal gucken Auf jeden Fall Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Level Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Wenn es euch gefallen hat Gebt einen Daumen nach oben Lasst natürlich Wäre cool Schönen Tag noch und Schönen Tag Ich wünsche euch noch ein paar Mal